ach shit jetzt wusste ich dass das jetzt kommt da habe ich jetzt nur drauf gewartet ja weil ich auch so ein berühmter streamer bin man kennt mich die welt kennt er kennt ich bestimmt ja die doch wer kennt mich die kita ach so also letztes mal wo ich mit ihm gesprochen hat sagte der würde dich kennen ja machen wir ja auch wenn wir zusammen gesoffen auf lighthouse hast du da nicht in hockehäuse in den stuhl am felsen haben wir zusammen gesoffen hallo spieler oder tränen die hier ehrenrunden die skeffs neuerdings wahrscheinlich skeffspieler oder er hat mich nicht mal gesehen alter wenn ich ein feindlicher spieler gewesen wäre wäre er mausetot hat er seine kartoffeln durchs trinkstäbchen ziehen können nur noch brei und super ich denke da hat die granate reingeschmissen also leck mich doch am arsch wenn ich in seiner leber finde schreie ich wo auf mich von wo hinter hinter alle wo wir hergekommen sind einer ist minus zwei zwei menschen da vorne ist noch einer hinter der gabeltrommel habe ich glaube ich noch habe ihn gesehen die haben hinter sich die brüder ja ja ich schmeiße euch dann gleich meine kaiser ich danke dir für dein prime abo freue ich mich sehr dankeschön ich mache mir das brett zu nicht dass sie den schädel weg schießen bis keffs wenn du hier fröhlich am looten bist da ist noch einer ja ich gehe nicht raus ich habe noch sieben sekunden da siehst du eine win-win-situation cola wo bist du Benji ist tot Benji? ne echt? hä? haben sie den abgeknallt? was sagt nichts mehr ich bin tot Alter ah das sind Zawonskis bitte? das ist Rechala alter mit der ganzen Drecksbande HEMO Start HEMO Start genau genau danke danke ganz neben ganz neben dankeschön au 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 warte mal warte ich bin auch was ist ah ich Idiot ich habe oh ich habe jetzt habe ich ver- er hat sich aufgenommen warte hier jetzt habe ich vergessen mein mein Teil zu aktivieren wenn das hier rennt irgendwas rum ja ja ich hab's danke das ist total egal hätt ihr nicht die Seitentür ab? man ich habe vergessen mein Quest-Item einzustecken ey oder? ja achso ja viel Erfolg Samurai viel Erfolg heißt dieses Alpha das hast du doch auch so eine Armbinde ne? ja was ist das? wenn du die Alpha mitgemacht hast von Tarkov kannst du ihm die abnehmen ja? ne 10 Minuten wir müssen raus ey leck mich doch am Arsch was ist da los? die Surferspielzeit ist gerade auf 10 Minuten wie beklemmst hab ich schonens gelesen komm hab was zu essen dabei ne 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 jetzt schaffst du ja so nicht ne 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 Einen hab ich erschossen, ich weiß, das muss ein Spiegel gewesen sein, die kisst das auch. Ich bin links von dir, ne? Ja, seht ich. Da links kommt was. Das war ein Scaf. Okay, vielleicht war das hier auch ein Scaf. Hier drin hängt ne Waffe. Ne, das war ein Spieler. Wahrscheinlich von dem Scaf, den ich erschossen hab. Da steht einer, Klaus. Movement ahead. Ja. Da schießt er mir direkt in die Fresse, ey. Zickatsch. Quatsch du, was ich seh, ist, wo mein Kopf blinkt's. Hat sich sein Gefahr entspannen. Gut. Gut. Oh, da habe ich sie schon alle drei erschossen. Okay. Ja, aber der springt doch nicht. Ey, das Gap hat mich erschossen, Alter, leck mich doch am Arsch. Klaus und Benji haben bestimmt schon reingesuchtet. Das hast du die Woche ganz schnell aufgeholt, mein Freund. Ja, Benji. Kratzfatz. Ist das hier ein Wettbewerb oder was? Falsch. Falsch. Ja, das Wettbewerb. Benji, bist du im Kontrollraum? Ja. Okay. Lebt ihr noch? Klaus ist, glaube ich, tot. Versuch, den zu messern. Heldenhaft, ehrenhaft, Alter. Ey, Mats, wo bist du? Ich bin ja draußen in dem Gang noch. Ein Penner, Alter. Jetzt hast du schon wieder einen Spieler erschossen, sag mal. Ich habe noch mal zwei erschossen. Alter, du hast fünf Spieler gekillt jetzt. Ich glaube, das ist auch sechs. Oh, Alter, krasser Typ, Junge. Aber auch nur, weil ich... Ja, du hast den schon gut gehatet. Du hast den richtig gut gehatet. 1100 Schaden habe ich gemacht, aber kein Kill. Aha. Ne, die gehen auf Klaus Cup auf jeden Fall. Ich, äh, ich titsche dir immer vorher ein bisschen an für Benji. Oh. Danke. Danke. Ein schönes Stück Kassler. Ich laufe hinten lang. Wo seid ihr? Wir laufen jetzt hier unter dem Zug, hinter dem Zug lang. Aber noch auf dem Gelände, also nicht draußen. Vor, hier drinnen. Ja. I am coming. Vor bis zum Z. Ich bin tot. Da hockt da einer. Wo hockt er? Da an dem Hänger. An dem umgekippten Hänger. Direkt beim Durchbruch. Leg ihn um. Den Hund. Ja, ne gerade immer noch. Die. Da. Ja. Die. Das ist eine. Die. Ingekippten Hänger. Werge. Der. Leck mich doch am Arsch. Dr. Michel, alter. Waren das zwei? Einen habe ich über den Jordan geschickt. Entschuldigung. Scheiße. Der hat durch den Türspalt geguckt. Vielleicht ist es neben dir. Alter, wieso das denn? Er fällt einfach nicht um. Mist. Redfram D2. Nein, Junge. Ich lute mal. Ich lute mal. Ich lute mal. Vielleicht kommt er rein. In den ganzen Abknallen. Ich bin tot. Ich bin tot. Scheiße. Wo war der schon drin? Ja. Oh, da ist noch einer. Scheiße. Oh, ich habe gerade das Mac gewechselt. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich lege mich jetzt hier wie so ein Indianer einfach ins Gebüsch. Zum sterben. So. Ich habe es nicht mehr bis ins Gebüsch geschafft, Alter. Was für ein Scheiß ist denn das? Das ist das. Sind das wieder die zwei von vorhin? Oh, da hat eine L4. Shit! Oh, hier hängt er in der Luft, Junge, er schwebt. Guck mir an! Das sieht ja geil aus. Jetzt haben sie ihn abgesetzt. So, na dann! Achso, ich muss mal Musik ausmachen. Du mit deiner Mütze! Nicht lang! Sieht richtig scheiße aus, aber du bist ja jetzt wie so ein Taxi-Fahrer. Französischer. Ja, Baguette. Ich hab Baguette. Okay.